Hallo Leute, herzlich willkommen zu EPW Spielern Nummer 2 Diesmal gegen den guten Ender mit seinem Team Solar Eclipse Und das wird eine Blamage Denn er hat ein Voltolusti dabei und Voltolusti zerlegt, mein Team Ich habe ein, äh, Voltolusti Kirin Black, ich habe so gut wie nichts dagegen Boatstrike, tschüss Megatortalk Earthpower, tschüss Panferno Eisattacke, tschüss Thor Eisattacke, tschüss Lady Klee Kevlogis könnte noch ein bisschen was reißen Und, ähm, Chillabell Aber da müssen wir auch mal schauen, wie das macht Im Großen und Ganzen habe ich nicht viel geändert Ich habe hier jetzt nur Jetcanon ein bisschen mehr Bulk gegeben Anstatt Speed und den Rapid Spin draufgepackt Hier habe ich den Machpunch und Klaus Combat Eben wegen Kirin Black Und Hier haben wir noch La Cringe Das, ne, da habe ich auch nichts geändert Ich glaube, sonst habe ich auch nirgends was geändert Ähm, hier möchte ich noch kurz was ändern Fällt mir das jetzt so vor, GG Dass ich Flashcane draufpackt Das wäre ein bisschen besser Brauche ich eigentlich die HP Ice gegen den Ich weiß gerade gar nicht Irgendwas werde ich schon drin gelassen haben Naja, wir sehen uns gleich Und ja Und ja Da wurde ich random angeschrieben Geil Ähm Ja Nevermind Wir sehen uns dann gleich im Kampf Ne Da habe ich es schon Und ja Alright Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt? Jetzt geht's. Naja, ich weiß es nicht. Ja, naja. Achso, du musst ja noch alles anmachen. Ja, never mind. Okay, mit meinem Mikrofon ist alles gut eingestellt, so. Warte mal, sag mal noch was. Ja. Äh, Kekse. Ja, okay, er hat nichts von dir aufgenommen. Ich dachte, OderCity hätte gerade deine Stimme aufgenommen. Ist mir dann komisch gewesen, aber hat er nicht gut. Das wäre echt komisch gewesen. Ja, ich hab dir ja Dings geschickt. Anfrage. Ja, ich auch. Warte, muss ich dann. Äh, cancel. Ah, jetzt. Äh, warte, das ist das Falsche. Das ist richtig. Okay, so. Okay. Also du fängst dann einfach an, ne? Du musst dich mal runterziehen, du kannst einfach anfangen. Okay, mach euch dann. Stimmt, du bist sogar zum ersten Mal auf meinem Kanal, fällt mir so auf. Du bist sogar zum ersten Mal auf meinem Kanal. Nee, nicht nur kann sein, ist so. Ich glaube, ich war einmal. Ich glaube, wo du mal gestreamt hast. Ach stimmt, Nevermind. Ja, aber da war irgendwie alles und jeder drin. Da hat man eh nichts von allem mitbekommen. Ja, obwohl, doch, man hat Kippen bemerkt. Ja, fangen an. Hallo, Adud. Was geht? Der NRAV und Anleviere hier mit dem zweiten Spieltag des EPP gegen den guten Dresden. Servus. Und ich hab den Telemann gemacht. Und hey. Ja, und Dennis ist bei mir auch zum ersten Mal auf meinem Kanal. Ja, geil, ne? Ich darf mit meinem wundervollen Team, das ihm wahrscheinlich gar nicht bekannt vorkommt oder so, kämpfen. Alter, also woher sollte das denn? Ja, wir sehen schon. Das ist zum ersten Mal, dass ich so live so einen Kampf mache. Wird sicher Spaß pur. Ja. Besonders, wenn man als Gegner dann zusammen kommentiert, dann sagt man nie so, das wird einfach schweigen. Nein, ich glaube, also auf meiner Seite wird es eher weniger schweigen pur, weil ich meine, Florgis ist jetzt nicht so das Mon, dass du so differenziert spielst und Skorgo jetzt auch nicht, ne? Ja, stimmt. Also auf meiner Seite sehen wir hier ein Megameditalis. Alter. Ein Spoiler. Fiorum Black, Rizeros, Rosarale. Auf meiner Seite sieht man ein wundervolles Megatotok. Ein Panferno, ein Voitalos in der Tierrechtsform. Oder wie auch immer. Das heißt, ein Skorgo, ein Florgis und ein... Oh, wie heißt der Deutsche noch? Ich spreche ihn. Chillabell, genau. Chillabell. Alles ziemlich obvious, finde ich okay, dass das so viel Schaden gemacht hat, finde ich scheiße, aber was soll's. Und, also, meine momentane Siegschance steht so, dass ich ihn zur Tode hexe und dann gewinne. Ja. Ja, das ist doch ein guter Plan, würde ich sagen. Und du wechselst, finde ich okay, finde ich okay. Ich finde es super. Eigentlich gar nicht okay. Ich kann jetzt in mein wundervolles Megatotok gehen und Megatotok ist schon geil, ne? Megatotok ist ausnahmsweise mal geil und das war sehr obvious. Friss das. Oh, das hat schon angehört. Das war guter Damage, das war sogar sehr guter Damage. Das gefällt mir. So, und wenn du das jetzt nicht predictest, dann wäre ich dir auch sehr dankbar. Dankeschön. Bin ich dir sehr dankbar. Ja, ich muss... Da musste ich safe bleiben. Da musste man safe bleiben. Ja, wir probieren's mal. Ich bin gespannt und reicht es... Verdammt, das reicht nicht. Oh. Gute Nacht. Ich will nicht schlafen. Du musst aber schlafen, Downy. Jedes kleine Kind muss schlafen. Ich hab ein Problem. Ich hab gegen Roserade keinen wirklichen Safe-Switch. Ja. Geil. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, find ich... Ich find's beschissen. Ich find's ganz schön, du. War erst mal Protecting. Protecting ist schon mal nicht ganz so verkehrt. Ist sogar gar nicht verkehrt. Nö, aber du gibst auf jeden Fall schlechter Begonen. Das Problem ist, ich kann halt Vlogs nicht mehr wirklich für irgendwas usen. Das stört mich grad ein bisschen. Das stört mich sogar gewaltig, muss ich sagen. Ja, okay. Machen wir das, wenn du jetzt Poison bekommst. Ne, ich hasse... Oh, du gehst auf Gigadrain. Ja, hab ich kein Problem mit. Ja. So, dann sind wir wieder vollgehalt. Und... Ähm... Okay, das war gut. Das war, glaub ich, gut. Das sollte guten Schaden machen. Oh! Das ist guter Schaden. Das ist sehr guter Schaden. Das ist exzellenter Schaden. Exzellenter Schaden. Du hast jetzt nicht mal wirklich einen Safe-Switch hin. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Muss ich echt sagen. Ja, ich hätte es vielleicht physisch definitiv nicht. Schön, dass du mir die Information gibst, dass es speziell defensiv ist. Sehr schön. Das ist... Ja. Bringt ja, wenn es so low ist, auch nicht viel. Das ist insgesamt meine Taktik. Achso, das Ficht kann ja Protect. Da war ja was. Ne, eigentlich nur sonntags. Was? Nichts, nichts von Spaß. Das war jetzt skurril und komisch und keine Ahnung. Ah, ich... Wird schwierig, wird schwierig. Mal schauen, was machst du. Du gehst wahrscheinlich auf... Oh, du gehst auf Furcht. Damit habe ich echt kein Problem. Damit hat er auf jeden Fall kein Problem. Du wirst jetzt wahrscheinlich... Du wächst, ist... Das ist nicht ganz so toll. Weil du damit dein Ding aufheißt. Aber wir haben wenigstens eine Runde... verwendet, in der wir es hochheilen können. Und ich freue mich, dass ich wieder... nicht wirklich einen Safe-Switch habe. Es ist Liebe in diesem Team. Es ist einfach nur Liebe. Okay. Hure Liebe. Aber ich müsste dich auch speeden. Das heißt, ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass ich jetzt sterbe. Das finde ich echt nicht schlimm. Das ist in Ephraim. Finde ich nicht schlimm. Ephraim. Und du gehst in deinem Mammolida. Habe ich kein Problem mit. Nur Rocky Hammett finde ich ein bisschen kacke. Aber was soll's. Ähm. Ja, du wirst wahrscheinlich Toxin gehen. Oder auf Furcht. Wird auch okay. Ähm. Und mal schauen, ob das Ganze jetzt aufgeht. Geht mein Double Switcher... Oh. Nein, der geht nicht auf. Oh. Der geht überhaupt nicht auf. Das heißt, irgendwas wird jetzt wieder schlafen. Der schönsteil. Super. Mir fällt ganz auf, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das Ganze viel klüger spielen können. Ich hätte das Ganze viel, viel klüger spielen können. Oder du gehst auf Kikertrain. Yeah, never mind. Never mind. Ähm. Hm. Irgendwas wird jetzt... Ich hasse es. Ja, ich mache auf jeden Fall Roserat ist auf jeden Fall ein sehr schönes Roserat. Ja, es macht mir gerade kleine Probleme. Bitte krieg den Sleep Powder miss. Oder du gehst auf Sludge Bomb. Yeah, never mind. Dann machen wir es jetzt mal so. Tschüss, chillabend. Eine Lady Klee. Bitte krieg. Jetzt einfach... Mach irgendwas Falsches. Mach irgendwas Falsches. Und Sleep Powder trifft natürlich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das ist immer das Schönste, was man sagen kann. Okay, ich möchte es jetzt mal wissen. Wie viel Stand machst du mit Giga Drain? Oder du gehst auf Sludge Bomb. So, okay. Ja, ich dachte... Ja, das war ziemlich obvious. Das habe ich es eben nicht gemacht. Und... Ja. Ich möchte nicht 6-0 verlieren. Ist jetzt momentan nicht so der... Ist nicht so der Plan. Alter, wach! Ist nicht so der Plan. Oh. Ja. Das ist Golgo. Sehr schön. Äh, ja. Like it. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Wir wachen auf. Wenigstens noch mal eine Q rausbringen, der so gut wie gerade keinen Schein macht. Das war risky, aber naja. Ja, das war... Was machen wir jetzt am besten? Machst du nichts. Ich habe jetzt echt ein Problem. Ich habe ein Problem. Denn ich kann das Fähig nicht töten. Ich habe echt ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Und da kommt das Dings. Und der Eisbien macht halt gar keinen Schaden. Das ist scheiße. Ich bleib mal halt unten. Ah, Secret Song. Ach, Kill you. Es war halt einfach so von Anfang an klar. Ich konnte nicht viel mit gegen dein scheiß Team machen. Tenke ich noch einen? Danke. Ich tenke nicht mal mehr einen. Boah. Das war eine Rolle. Ich habe dich auch lieb spiel. Ich habe dich auch lieb. Ähm. Man hat immer das Spiel lieb. Mal sehen. Ja. Oh, du gehst sogar in das Fähig. Flash können. Ja, mach dir komm schon. Oh, wir kriegen einen Special-Tiefen. Ah, Spitzers Drop. Das ist nicht so schön. Ähm. Ich kriege halt keins deinem Mann. Wusstest du eigentlich, dass Kyron Black mein ganzes Team zerstört hätte mit den richtigen Movesets? Du hast nämlich Bolt Strike, du hast Dragon Claw, du hast Earth Power und den Ice Beam. Damit hättest du jedes einzelne Mann. Ich habe Ice Beam. Ich habe Ice Beam, Earth Power, Fusion Bolt und Iron Knight. Ja, die Attacke stimmt brauchst du nicht mal. Du hättest allein mit dem Mann schon mein Thema auseinandergenommen. Ich habe halt nichts, was irgendwie Kyron Black aufhalten kann. Ich habe nichts, was Mega Meditalis aufhalten kann. Ich habe einfach nichts. Ja, ich war Scarf. Weil sonst hätte ich Kyron Black nicht outspeeden können und wenn es Scarf wäre, dann ja. Weißt du ja, wie es ausgegangen wäre. Hm. Ja, du gehst wahrscheinlich. Achso, in alle Mammola. Ich will wenigstens einen Kill. Immerhin einen, bitte. Immerhin einen. Ich dachte es mir. Ich war kurz davor, den Dings Punch zu drücken. Oh, das macht auch viel Schaden. Aber der Fake Out nimmt mich jetzt raus. In der Verteidigung, ich nehme mich jetzt leider raus. Oder? Ja. Geil. 6-0 hier rausdrucken. Ja, GG. Ja, aber ihr müsst verstehen, das hat nicht Downy's Team. Er mag es nicht. Nein. Ich kann es verstehen, weil das Defensiv- und Boost-Ding ist eher passiv für eine Liga, müsst ihr wissen. Downy ist ein guter Spieler. Ja, er hat zwar, wie schon gesagt, die beschissensten Spitznamen EU-West, das... Also, ihr müsst unbedingt auf seinem Kanal vorbeifahren. Ja, gib mir Mitleid. Ich brauche Mitleid. Und dann müsst ihr einfach seine Videos gucken, seine Showdown-Videos. Und dann sind die Spitznamen, ne? Nein, eins ist super, was noch kommen wird. Habe ich in SmogMog Gaskammer genannt. Das ist ein guter Name. Wow. Weißt du? Ach ja. 6-0 verloren, super. Aber ich sage es mal positiv. Erster Spieltag war ich an der Tabellenspitze, ne? Wollen wir mal dagegen nichts sagen. Ja, er war Tabellenführer. Er war Tabellenführer. Das muss man ihm schon lassen. Und weißt du was? Ich sehe, wir kämpfen hier gerade. Und dann, wir sind ja hier gerade im deutschen Raum, müsst ihr wissen. Ich lese hier gerade zufällig den Chat, als Downy was gesagt hat. Wer ist gebannt? Ey, was ist denn los? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Schaut unbedingt beim Downy vorbei. Der lädt auch die EPP-Kämpfe hoch. Macht auch gute Let's Plays. Setzt zwar nie Cuts. Ach, jetzt, man. Auf jeden Fall. Nein, bitte schaut es nicht an. Mario verfolge ich es nicht. Aber wer Interesse hat, unbedingt vorbei, das schauen. Ihr könnt auch bei dem Video hier gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch sehr gerne ein Dislike da lassen. Dann schreibt aber auch in die Kommentare, was ich verbessern könnte. Könnt ihr bei mir übrigens auch machen, weil derselbe Part auch bei mir kommt. So zur Information, ne? Weil wir... Genau. Nein, ich hätte so eine Idee. Wir könnten ja den Part zweimal aufmachen. Einmal, wo ich gewinne, einmal, wo du gewinnst. Wäre eine Idee, ne? Ja, Wettbewerbserzerrung. Fände ich okay. Ich habe kein Problem mit. Also, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ja, dann wenden wir jetzt mal an der Stelle. Wirklich den Part. Bis dann. Und ciao. Würde ich auch sagen. Ciao.